Hallo, hier ist die Gela aus dem Schülerclub. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Genau, auch von Jule, mir. Genau, und wir wollten einfach nur schon mal sagen, dass der Schülerclub ja diese Woche nicht ganz normal geöffnet hat, aber wir sind virtuell für euch da, nämlich mit unserem YouTube-Kanal. Genau, und da geht's auch heute gleich schon richtig gut los, und zwar... Genau, heute haben wir ein kleines Begrüßungsvideo von Idas Feiertagserlebnissen, und dann geht's Dienstag weiter. Genau, morgen wird nämlich gekocht, also wir haben ein Video schon vorproduziert, und das könnt ihr nachkochen, mitkochen, wie auch immer. Mittwoch geht's weiter mit einer kleinen Vorstellungsrunde, lasst euch überraschen, vielleicht in der Livestream-Art. Ich bin Levin, der FJ-Württler, und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Hallo, ich bin der Tyron, ich wünsche euch auch ein frohes und gesundes neues Jahr. Hi, ich bin der Christoph, bin neu im Schülerclub, und ich wünsche euch auch ein frohes neues Jahr. Genau, und ich mache zum Beispiel mit Christoph am Donnerstag weiter, und zwar zeigen wir euch drüben den neuen, gebauten Bolzplatz an der Jugendfreizeiteinrichtung Schottenburg, sowie die damalige und auch immer noch bestehende Parcours-Anlage, und die neuen Kletterelemente, die dazu gebaut worden sind, und wir freuen uns auf euch. Und ich mache Zeitag mit euch einen Livestream, wo wir schön Waffeln backen, und dann zeige ich euch auch das Rezept dazu, damit ihr wisst, wie ihr es zu Hause machen könnt. So, abonniert unseren Kanal, und gebt uns tausend Likes, und auch eure Omas und Opas und alle. Und jetzt wünschen wir euch ein frohes neues Jahr! Bis bald! Bis bald! Bis bald!